1 Stunde 22 Kalkuliert Das Wetter ist ein wenig wenig wachsen, wenn wir in die Alpen kommen. Lassen Sie die Sitzkurte geschlossen aufwenden, dann mal das Schnellzeichen ausgeschaltet ist. Wir wünschen Ihnen einen recht angenehmen Aufsenderbeordnung. Wir wünschen Ihnen einen Blödenkopf, einen Knopfdartig auszupen. Sie haben einen Löffelwäsche in den Osten und einen Alpen, mit dem Dachsitzkopf. Wir wünschen Ihnen einen Ratschweg. Wir wünschen Ihnen einen Anhänger von den Osten. Das ist ein bisschen mehr Schnell geworfen. So, wir sind hier in Bergamo, in der Neustadt, ich sage jetzt Mittagszeit, dann gehen wir essen, und anschließend gehen wir dann in die Altstadt, die wunderschön ist, aber die Neustadt ist auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir gegessen, und ich sitze hier draußen mit meinem Gläschen Wein und rauche mir das mal, ne? Rauchen darf man ja, da finde ich. Locate, cremateato, airconditioning, genau. Machen wir das mal einen Rundblick. Hier kann man schön sitzen, mit Aschenbecher. Und da oben ist die Altstadt. Da geht eine Seilbahn hoch, die nehmen wir gleich. Unglaublich. So, wir sind im Zimmer, RTL läuft, Werbung. Rundbuch, Couch, Schrank, Schreibtisch, Spiegel, Red, Tadebanne mit Whirlpool, der Balkon. Ah ja, da oben ist die Altstadt. Da ist noch ein bisschen Neustadt. So, hier startet die Seilbahn in die Altstadt. Von 1851. So, wir sind bei einer Altstadt. Schmale Gassen. Die sind so schmal, da kommt noch nicht mal die Sonne rein. Hier hat der Messi sein Geschäft. Altstadt. Altstadt. Wie heißt der Kuchen? Kalte Pasta, Kohlpasta, mit Vestherz. Also wir sagen Pasta Freda und der Dube. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ich kenne das. Ja Bergamo, das ist ein Städtchen. Das ist mein Ding hier, Bier gibt es hier, alle Sorten Bier. Das ist ein Städtchen. Das ist ein Städtchen, das ist ein Städtchen. Ich bin ein Städtchen. Da oben ist der Balkon von Romeo und Julia. Hier ist die Sonnenuhr auf dem Boden. Da kann man den Monat erkennen, den Juni, die Jahreszeit, die Uhrzeit. Wahnsinn. Hier ist die Sonnenuhr. Hier ist die Sonnenuhr. Hier ist die Sonnenuhr. Die Sonnenuhr. Unglaublich. So was zu bauen hier. Vielen Dank. So, wo ist die Ausstattung? Die Neustadt, wir sehen gar nichts hier.